Hey! Ja, mir ist was durch den Kopf gegangen, worüber ich noch mit euch sprechen wollte und zwar, weil es mir nicht mehr aus dem Kopf geht, sagen wir das mal so, weil ich da viele negative Sachen auch zugehört habe und das eigentlich was gar nicht Negatives hat und wie ihr das wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, geht es darum, dass ich manchmal, wenn die Situation wirklich ernst ist oder sehr befremdlich ist, so sage ich mal, dass man so Angst hat, selber die Kontrolle zu verlieren, auch mal irgendwie, um zum Beispiel mal abschalten zu können, sich bei seinen Eltern ins Bett legt und das habe ich irgendwie so, ich sage mal, eher mit meiner Mom, dass ich sagen kann, ich lege mich da mal irgendwie so mit ins Bett, also ich meine, das war jetzt auch schon ewig nicht mehr, aber ich möchte euch eine Situation noch dazu beschreiben, hole aber noch so ein bisschen aus, um da sozusagen so einen Kontext zu herzustellen und zwar weiß ich auch von meinen Eltern, dass, oder von meinem Vater speziell, dass der nicht immer unbedingt die beste Beziehung zu seinen Eltern hatte und deswegen froh war, als er dann endlich ausgezogen ist und so und die ihm dann damals, oder speziell sein Papa, ihm dann damals nicht mehr so viel anhaben konnte, also weil er halt irgendwie verprügelt wurde oder weil da irgendwie ihm gesagt wurde, dass er nichts kann und so weiter, dass er ein relativ schlechtes Verhältnis zu seinem Papa hatte, sage ich mal und das hatte ich alles in meiner Jugend nicht, also oder in meiner Kindheit so. Meine Eltern, beide, haben mich ehrlich gesagt nie gehauen oder sowas. Ich wurde immer unterstützt, mir wurde immer geholfen bei allen möglichen Sachen, sage ich jetzt, nur so Kleinigkeiten wie Hausarbeiten machen, kochen lernen oder dass man in seiner Entwicklung irgendwie gefördert wurde. Ich habe zum Beispiel Klavierspielen gelernt, mein Papa, also keine Ahnung, ob ich das heute noch kann, aber mein Papa hat mir dann auch zu Hause so ein kleines Studio eingerichtet gehabt, hat mir gezeigt, wie man Unternehmen führt und so und alles, was man irgendwie, also auch wenn das jetzt bei mir sicherlich auch alles nicht perfekt ist, aber meine Eltern, würde ich mal sagen, haben da sehr viel Mühe reingesteckt, dass ich wieder richtig funktioniere, sage ich mal so. Und mit meinem kleinen Bruder, also wenn wir das beide glaube ich zusammenrechnen würden, habe mein kleiner Bruder einmal von meinem Papa einen Arsch voll bekommen und ich von meiner Mutter und einmal, also ich kann mich nur so an diese Situation erinnern, dass ich einfach, da sind wir aus dem Bus ausgestiegen und dann bin ich einfach auf die Straße gerannt und da hätte mich fast ein Auto erwischt und dann hat meine Mom so einen Schreck gekriegt, dass sie mich dann auf dem Bürgersteig, hat sie mir die Hose runtergezogen und hat mir den Hintern versucht. Aber ich meine, das ist so eine Situation, die irgendwie nachvollziehbar ist, so von wegen, ey, das machst du nie wieder und das glaube ich seitdem auch nicht mehr passiert, aber worauf ich eigentlich hinaus will, also die Geschichte sozusagen, die ich euch dazu erzählen möchte, ist nämlich die, dass ich während meiner ersten Krebstherapie, also und aber auch bei der zweiten, relativ weit zum Anfang hatte ich auch so eine Phase, wie ich jetzt eine ähnliche Phase habe, nur auf eine andere Art und Weise, nämlich dass ich wirklich nicht mehr richtig atmen konnte, weil meine Lunge das nicht irgendwie so richtig verarbeitet hat oder irgendwie sowas und deswegen bin ich so plötzlich, so manchmal über zwei, drei Tage hinweg sehr kurzatmig gewesen und konnte dementsprechend nicht schlafen, weil ich mir dann irgendwie selber, und ihr kennt ja auch so eine Kopfsachen, eingeredet hatte, dass ich in der Nacht vielleicht ersticken könnte. Und das war auch, ehrlich gesagt, gar nicht so abwegig, weil der Körper durch diese Chemotherapie, auch die ich damals bekommen habe, irgendwie Ausfallerscheinungen hat, weil man so Taubheitsgeschichten irgendwo hat und das dann auch im Körper irgendwie hat das bestimmte Organe nicht mehr richtig reagieren und sowas und deswegen konnte ich halt nicht mehr richtig schlafen. Ich habe hier die ganze Zeit immer wach gesessen und habe mich selber irgendwie nicht so getraut einzuschlafen, weil ich immer dachte, so von wegen, das kann halt auch irgendwie Ende bedeuten. Also ich weiß nicht, wie real das wirklich so ist, aber dass der Körper vielleicht irgendwie mit irgendwas aufhört, aber ich habe das halt immer wieder gehört und deswegen, wie gesagt, konnte ich einfach nicht mehr schlafen. Und dann war irgendwann so ein Punkt, da ging wirklich gar nichts mehr. Da habe ich nur noch verwirrtes Zeug irgendwie geredet, konnte kaum noch gerade laufen und bin immer so alle zehn Minuten, alle 15 Minuten, weil man so kurz weg bin, war dann wieder da so und das war wirklich gruselig, weil ich ewig nicht richtig geschlafen hatte. Und dann bin ich so wie ferngesteuert runtergegangen, habe mich neben meiner Mutter ins Bett gelegt und bin sofort eingeschlafen. Und dann habe ich da lange überlegt, aus welchem Grund das halt so ist. Und ich glaube, das ist einfach so eine Nummer, wenn meine Eltern mir das früher immer so gut gehen lassen haben, dass man und immer auf mich aufgepasst haben, dass man sich so sicher gefühlt hat und seine Probleme in dem Fall sozusagen einfach weggegeben hat. So von wegen, ich kann jetzt frei sein, ich muss mich da nicht drum kümmern, ich kann jetzt endlich mal gut durchschlafen und wenn irgendwie was passieren sollte, dann liegt meine Mutter neben mir. Wenn man einfach davon ausgeht, dass die für einen da ist. Und so ist das ja auch wirklich. Also so mein ganzes Leben durch ist das schon so. Und da war das halt so ein spezielles Gefühl, weil du einfach so eine Last auf einmal losgeworden bist. Klingt das irgendwie eindeutig? Ja und beim zweiten Mal war das dann so, dass ich halt regelmäßig so starke Therapie bekommen habe und da ja auch denn, ich sage mal so neu eingestiegen bin und der Körper erst mal lernen musste, wie er das zu verarbeiten hat, halt erhöht Herzinfarktrisiko war. Oder dass man so Gefahr läuft, einen Herzinfarkt zu bekommen. Also wie so was ausgelöst wird und so weiß ich auch nicht. Aber deswegen wurde mir geraten, dass ich im Krankenhaus schlafen soll und das habe ich auch ein paar Tage gemacht und das ging für mich gar nicht. Ich glaube ihr kennt das auch, man fühlt sich halt einfach zu Hause auch am wohlsten. Und da habe ich dann auch wieder bei meiner Mama im Bett geschlafen oder zweimal, weil ich einfach wusste, dass wenn was passiert, dass sie darauf achtet und dass irgendwie jemand da ist und ich glaube das ist bei allen so, wenn man so ein gutes Verhältnis auch zu seinen Eltern hat, dass man glaube ich sein Leben lang so ein Sicherheitsgefühl hat irgendwie was seine Eltern angeht. So weil du jemanden hast, wo du fest von ausgehen kannst, dass der immer für dich da ist. Ich wollte euch das einfach mal erzählt haben, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr da so für ein Verhältnis zu habt. Weil ich weiß halt auch von meinem Papa, dass nicht alle irgendwie so ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben oder erst später ein gutes Verhältnis bekommen haben zu ihren Eltern. Und bei mir kann ich mich eigentlich an gar nichts Negatives erinnern, so wirklich, außer, dass meine Eltern sich halt irgendwann getrennt haben, aber heutzutage ist das auch nicht mehr so wild für mich. Aber wie gesagt, schreibt mir da mal gerne eure Meinung, eure Erfahrungen in die Kommentare.